Es heißt, zu Hause ist da, wo das Herz ist. Wir bei Joyce Meyer Ministries haben ein sehr großes Zuhause, weil unser Herz überall dort ist, wo es bedürftige Menschen gibt. Wir wollen da sein und ihnen die liebe Christi weitergeben. Also folgen sie ihrem Herzen und machen sie mit. Sie können Menschen überall auf der Welt helfen. Sie können etwas bewirken, denn wo immer wir sind, da sind auch sie.